Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite, dann... Kreativzentrum ist für mich erstmal ein Ort, wo möglichst viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen und Generationen zusammenkommen können, wie man ja heute auch sieht. Wir machen das Modell jetzt seit einem Jahr und es ist für mich eine ganz klare Win-Win-Situation. Der Krankenstand ist drastisch zurückgegangen, die Mitarbeiter sind zufriedener. Das städtische Krankenhaus in Kiel. Auf der Intensivstation muss ein neuer Patient mit akutem Leber- und Nierenversagen versorgt werden. Er hat etwas mitgenommen, die Beine ewig nicht versorgt wurden, ist auch kein Arztgänger, wie er wohl selber gesagt hatte, als er dann den Notarzt selber angerufen hatte, weil er so Bauchschmerzen hatte, weswegen er dann nochmal zum Polar-Nidon-Programm, wo Röner Eva nochmal Heroin genommen hatte, weil er so Schmerzen hatte. Dann ist er Freitag hierher gekommen. Hier arbeiten Pflegekräfte nicht nur im klassischen Schichtmodell. Statt starren Dienstzeiten stellt Intensivkrankenschwester Maria Parting ihren Schichtplan selber zusammen. Heute startet ihr Tag um 8 Uhr. Da müssen sich die Ärzte halt einfach mal ein neues Konzept überlegen, wie wir dann am besten ihn dann sedieren werden. Weil das Herkömmliche, das hilft halt eben einfach nicht. Das ist halt ein Patient von der Straße, der ist ja einiges gewöhnt. Und da bringt das halt meistens einfach mit den herkömmlichen Mitteln dann einfach nichts. Vielleicht so eine Art Wundabtragung, was die Kollegin gerade gesagt hat. Und das müssen wir dann aber auch auf uns zukommen lassen, wann das dann halt eben losgeht. Auch das erfahre ich eben alles erst gleich in der Frühbesprechung. Maria arbeitet in einem hausinternen Personalpool. Bei akutem Bedarf springt sie auf verschiedenen Stationen ein, kann dafür aber selbst über ihre Arbeitszeiten entscheiden. Lange Schichten auf der Intensivstation sind normal, doch die passen nicht immer zum Alltag einer alleinerziehenden Mutter wie Maria. Ihre Schicht geht sechs Stunden, von 8 bis 14 Uhr. In Krankenhäusern gibt es normalerweise das Drei-Schicht-System, also Früh-, Spät- und Nachtdienst. Im ambulanten Pflegedienst sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, gerade wenn es um eine 24-Stunden-Betreuung geht. Da ist dann aber auch meistens so eine Zwölfschichten oder auch im Rettungsdienst. Zwölfschichten sind da wirklich auch mal normal oder auch mal über 24 Stunden. Das städtische Krankenhaus hat das neue Arbeitszeitmodell für Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten können, eingeführt. Zum Beispiel Studenten und Eltern. Klar, durch dieses Alleinerziehende hat man ja nun mal einfach ein Gehalt weniger zur Verfügung. Und da muss man halt natürlich gucken, dass man trotzdem irgendwie Geld verdient, weil ja alles teurer geworden ist. Das Kind ist da und hat nun mal halt eben einfach feste Betreuungszeiten, die halt eben sich nicht an meine Arbeitszeiten anpassen können. Es geht ja nun mal einfach nicht anders. Und deswegen ist das halt eben für mich so wichtig. Wir sind halt nun mal einfach ein Großteil Frauen. Wir kriegen Kinder und da muss man dann halt eben gucken. Und nicht jeder hat nun mal einfach einen Partner, auf den sie zurückgreifen kann. Oder halt eben Eltern in der Umgebung. Das gibt es dann oftmals einfach nicht. Anders wäre es halt nicht möglich. Der Ahlsenhof bei Itzehoe, nördlich von Hamburg. Das Konzept auf dem alten Bauernhof vereint Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten aus verschiedenen Generationen. Nach der täglichen Arbeit geht man nicht nach Hause, sondern tüftelt gemeinsam an Projekten. Wohnt in der Gemeinschaft. Heiko Kolz ist der Geschäftsführer. Das war quasi unser altes Logo. Und wir haben so ein bisschen gemerkt, co-living, co-working, co-creation, das ist halt so für die Bürger hier immer nicht so ganz greifbar. Und wir haben das Ganze jetzt halt ein bisschen bunter gemacht auch und das ganze Kreativzentrum genannt, weil sich da die Bürger halt immer ein bisschen besser was vorstellen können und eher mal neugierig sind, kreativ, was heißt denn das und was passiert hier dann. Und von daher baue ich jetzt vorne einmal unser neues Schild gleich an. Lägerdorf hat knapp über 2000 Einwohner und der Ahlsenhof soll der Dorfmittelpunkt werden. Anne, die Partnerin von Heiko, kümmert sich um das Marketing. Wir gucken, anpacken. Warte, mein Finger. Großartig. So. Wann brauchen wir zwei Muttern? Du musst jetzt das schön bleiben, du musst das festhalten. Nee. Muttern sind zu teuer. Ich war selber als Gast hier letztes Jahr im Mai und durfte den Ahlsenhof kennenlernen im Sommer, genau. Und ich war mit meinem Wohnmobil da und hab ja ein paar schöne Tage hier gehabt. Und bin hier hängen geblieben, weil die Atmosphäre so schön war. Man hat einfach sich offen gefühlt. Man hat wunderschöne Menschen kennengelernt, die halt auch einfach offen gegenübergestellt haben. Und gesagt haben, ey, komm doch vorbei und schau uns das mal an, komm mit, mach mit. In diesem Bereich haben die Bewohner ihr klassisches Büro. Der sogenannte Coworking Space. Das sind alle so englische Begriffe, kann man sie ganz normal übersetzen, zusammen leben, zusammen arbeiten. Und ich glaube, da liegt aber auch schon so ein bisschen das Problem. Wir sind hier in einer Gemeinde mit 2000 Einwohnern. Und wenn man da mit irgendwelchen englischen Begriffen schon kommt, dann ist man halt schon irgendwie so ein bisschen das UFO oder die, die irgendwie alles besser wissen. Keine Ahnung. Und von daher, ich mag das dann immer gerne, wenn man es einfach im Deutschen lässt. Bin ja auch mit dieser Frage unterwegs. Wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Wie sehen zum Beispiel Jobs der Zukunft aus? Ja, das kann man halt an so einen Ort einfach dann halt eben rausfinden. Mit diesen Werkzeugen, Coworking, zusammen hier in einem Büro arbeiten. Aber Coworking ist halt eben auch, wenn man dann drüben in den Werkstätten irgendwas zusammen macht. Sophie Deile ist Sonderschullehrerin und wohnt hier. Sie ist auf den Ahlsenhof gekommen, weil sie einen Werkraum gesucht hat. Ich mache wahnsinnig gerne Musik, habe Geige gelernt und lerne jetzt aktuell Klavier. Bin aber auch handwerklich sehr interessiert und nutze natürlich Handwerk auch als Ausgleich, genauso wie die Musik. Und habe hier in diesem Projekt letztendlich die Kombination gefunden. Und genieße sehr, dass ich beides zusammenführen kann. Sophie ist seit einem Jahr Teil der Gemeinschaft auf dem Ahlsenhof. Also das, was richtig, richtig Schönes ist, dass ich ausprobieren können, das voneinander lernen können und da frei zu sein auch. Und immer neue Ideen zu bekommen, Feedback zu bekommen. So könnte man es vielleicht anders machen, den Austausch auf Augenhöhe. Das ist richtig, richtig gut. Und deswegen bin ich gerne hier. Jetzt muss ich ja mal schauen. Sophie restauriert einen Flügel für Konzerte auf dem Hof. Jeder darf ihr zugucken und lernen. Eigentlich werden Hausschuhe auch angebracht. Ich habe nun keine an. Aber ja, genau. Also eine Wohlfühlatmosphäre soll es darstellen. Dass jeder willkommen ist, hier sich auch hinzusetzen. Es gibt ein extra Hocker. Und es kann mitgemacht werden. Also wer kommt, kann sich informieren, kann Fragen stellen. Kann einfach aber auch nur da sein und die Atmosphäre genießen. So wollen die Bewohner des Hofes Angebote für das Dorf schaffen. Der Betrieb, die Malerin, westlich von Eckernförde zeigt, New Work wird auch im Handwerk gebraucht. Noch vor einem Jahr fand Chefin Jessica Hansen keine Gesellen. Die Woche vor Ostern, Ingo, Diana, Lösekahn, ihr wisst schon Bescheid. Jens und Sven, VIT, Tief. Hier kommen, Anne, wo seid ihr? Ach da. Letztes Jahr um diese Zeit waren es ein Drittel weniger. Da waren wir vier Gesellen und zwei Lehrlinge. Jetzt sind es 13 und drei Lehrlinge. Und einer hat heute Berufsschule, der ist nicht dabei. Ihre Lösung, weniger Stunden und die Viertagewoche. Die Gesellen Sven und Jens haben deswegen hier angefangen. Ich habe in Dänemark gearbeitet und kannte das. Und von daher war das für mich natürlich hervorragend, wieder in der Viertagewoche gehen zu können. Weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, als ein langes Wochenende zu haben. In Dänemark setzt sich das Modell nach und nach durch. Immer mehr Unternehmen, besonders im Handwerk, haben bereits die Viertagewoche. Auch bei Jessica Hansen arbeiten die Gesellen an vier Tagen in der Woche länger, um am Freitag frei zu haben. Das Leben genießen, weil ein Wochenende in Urlaub fahren, Kurzurlaub machen, freut sich meine Frau auch. Das macht unheimlich viel Spaß. Du hast ganz andere Möglichkeiten. Du kannst viel die Freizeit genießen. Du hast mehr Zeit für dich. Lange Arbeitszeiten bedeuten nicht gleich eine höhere Produktivität. Ein Modellversuch in Island zeigte, die Viertagewoche macht Angestellte glücklicher und produktiver. Man hat einen ganzen Tag mehr Zeit, etwas zu tun, etwas zu unternehmen. Und dadurch, dass wir in der Woche viel unterwegs sind, ist es so, dass dieser Freitag für uns der Tag ist, wo wir was machen können. Wir können Geschäfte erledigen, wir können zu Banken gehen, etc. Das ist halt der Vorteil. Viele Betriebe suchen Personal. Bundesweit fehlen laut Handwerksverband schon jetzt 250.000 Fachkräfte. Letztes Jahr blieben knapp 20.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Man hat früher geschlafen. Man hat das Handwerk immer verpönt, nie richtig angepriesen. Heute kannst du durchs Internet, durch diese ganze Community-Geschichte, kannst du ja auch Geld verdienen, wenn du zu Hause hockst. Und das spricht die Jugendlichen natürlich mehr an, als hart zu arbeiten. Ich glaube, dass wir darauf hinauslaufen werden, eine Viertagewoche anpreisen zu müssen, um die Leute zu motivieren. Und auch, um die Leute wieder anzusprechen, überhaupt wieder zu arbeiten, sprich Fachkräfte heranzubekommen. Das städtische Krankenhaus in Kiel. Bevor Marias Schicht zu Ende ist, bereitet sie noch ihren Patienten für eine Operation vor. Wir werden ihn dann nachher auch noch einmal umschieben, weil wir dann hier nochmal diese größere OP haben. Genau, und das wird also heute hier dann doch noch ein recht großes Unterfangen. Jetzt habe ich natürlich das Glück gehabt, was ich nicht immer habe, dass die Kollegen vor meinem Dienst, vor meinem Dienstbeginn schon einmal den Patienten durchgewaschen haben. Gerade, wann ich halt eben später komme und manchmal ist der Dienst dann doch einfach zu schlecht besetzt, als dass man dann halt eben einfach die Patienten schon einmal morgens versorgen kann. Der Patient wird vor der OP verlegt. Anders als Maria hat Kollege Andreas einen vorgegebenen Dienstplan. Brauchst du sonst noch Hilfe bei deinen Patienten? Nee, ich habe ja nur noch die Zwölf, der ist schon gelockt. Und mein anderer ist ja gerade in der Nähe, ich weiß nicht, wann der zu bekommen. Achso, der ist unten direkt. Andreas arbeitet in normalen Acht-Stunden-Schichten. Ich bin nicht in der Situation, dass ich alleinerziehender Vater wäre, aber gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Situation sind, die familiär anders eingebunden sind, ist es ein durchaus attraktives Modell. Also ich persönlich, ich stehe voll hinter der Sache. Also ich habe über die Leitstelle herausgefunden, wer angerufen hat und habe den Anruf angerufen. Ich dachte, er hinterher anrufen. Nein, das war sein Kumpel, der Apotheker. Okay. In der Nähe seines Wohnortes. Ja. Er ist bei einem Freund untergekommen, weil er mehr obdachlos denn irgendwo gemeldet ist. Die Beine hat er schon seit Jahren mit Desinfektionsmitteln gebickelt. Okay. Die Stellen sind schon alt, die kennt er, aber dass sie infiziert sind, ist sicherlich nicht alt. Kurz vor der OP wird der Zustand des Patienten kritisch. Der Sauerstoff im Blut ist zu niedrig. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. Dann ist das schon wieder das komische. Sättigung ist bei 83, ne? Ja, ja. Wir haben hier das komische Gerät, wo man immer das inschalten muss. Wird gleich. Ja, ja. Und jetzt brauchen wir das, dass wir nicht aus dem Fahrkampf. Der Patient muss mehr Sauerstoff bekommen. Wie sieht die Sättigung jetzt aus? 81. Wollen wir einmal schnell auf 100 Prozent stellen. Und ASB hat der Ehrenbürohn? 16. Ja. Top. Die Patten mit 10. 60 Prozent. 100 Prozent. So gut. Das gut. Der Zustand stabilisiert sich. Schichtende für Maria. Ihre Tochter hat Schulschluss. Deswegen muss ich mich jetzt auch eigentlich immer schon beeilen, wenn ich dann Feierabend gehe, dass ich den Bus halt noch kriege und dann meine Tochter abholen. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau. Der Ahlsenhof nördlich von Hamburg. Habt ihr alle eine Maske mit? Ja. Sehr cool. Dann fang ich schon mal an. Ihr sitzt drüben. Ach, drüben brauchen wir. Heute gibt es einen Graffiti-Kurs für Kinder aus dem Dorf. Daniel Speziri organisiert Veranstaltungen rund um den Hof. Er kommt aus Lägerdorf und weiß, Freizeitangebote sind rar. Anne hat Vorlagen für die Kinder designt. Ich wollte gerne, dass die Kinder, wenn man noch nicht so ganz gut Freihand sprühen kann, den Hashtag nachher mit in den Graffiti-Workshop integrieren. Dann hab ich den extra groß ausgedruckt. Und dann versuchen, den ordentlich auszuschneiden, um den als Vorlage zu benutzen. Und ob das dann so funktioniert, wie ich mir das schreibe. Was ich mir das vorstelle, werden wir dann nachher sehen. Sobald man Menschen integriert und involviert, dass die halt einfach Spaß daran nachher finden und sagen können, ich hab das mitgewürgt. Ich bin ein Teil davon gewesen. Dass das auf jeden Fall nachher ein gutes Projekt sein kann, um sich dazu zu gehören. Ja, Zugehörigkeit auf jeden Fall. Oh, Schatz. Soll ich dir irgendwo ein Teppichmesser besorgen? Nein. Ralf, haben wir ein Teppichmesser? Ja. Kannst du das mal sehr schnell holen? Ein Kreativzentrum ist für mich erst mal ein Ort, wo möglichst viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen und Generationen zusammenkommen können. Wie man heute auch sieht. Es ist ja wirklich von ganz klein bis ganz groß oder ganz jung und ganz alt ist er da. Vom Graffiti-Workshop, drüben werden Hochbeete gebaut. Wir haben nachher hier noch einen Workshop, um so ein bisschen zu gucken, wie die Zukunft der Co-Working in der Eventhalle ist. Und darum geht es so ein bisschen. Aufgaben, die man sich stellt oder Herausforderungen, die gerade sind in der Klimafragen oder in Sachen Mobilität. Dass man da einfach mal mit Menschen drauf guckt, die unterschiedlichste Hintergründe haben, sich diese Probleme ganz anders anschauen können. Und das ist so für mich so eine Zusammenfassung vom Kreativzentrum. Die Gemeinschaft halt mit reinzuholen, die dann eben Aufgaben machen zu lassen, sich hier verwirklichen zu können, aber halt eben auch die Verantwortung dazu übernehmen. Sie nutzen den Leerstand im ländlichen Raum, wollen wieder Leben aufs Dorf bringen und organisieren Events für die Gemeinde. Der Ahlsenhof soll Treffpunkt für alle werden. Generell war der Ahlsenhof und ist für viele hier im Dorf immer noch ein großes Fragezeichen, weil viele nicht wissen, was es ist und was Co-Working bedeutet. Aber ich finde das Angebot toll, weil es einfach mal, es ist Bewegung im Leben und nicht Stillstand von jeder geht morgens zur Arbeit und kommt wieder zurück, sondern es ist Arbeiten mal anders und viel Programm drumherum. Ein ganz anderer Lebensstil so. Der Ahlsenhof stand lange leer. Als auf einmal Licht brannte, war Daniel einer der Ersten, die sich getraut haben, einfach mal Hallo zu sagen. Dadurch, dass ich halt auch selbstständiger Fotograf bin, hatte ich halt zu dem Zeitpunkt auch ein Studio oder Räumlichkeiten gesucht. Und es bot sich dann hier natürlich auch an, auch mit diesem riesigen Dachboden und alles. Das ist ja echt ein Paradies für Fotografen da oben. Und genau, und so bin ich da so langsam nach und nach da reingerutscht. Irgendwann wurde ich so das Bindeglied zwischen dem Eisenhof und Legerdorf, dadurch, dass ich halt hier auch wohne. Zack, zack. Graffiti ist auch so eine Kunst, die man ja dann auch nicht zu Hause ausleben darf oder sollte. Und dann kann man das hier einfach austoben und ausprobieren. Und ja, großartig, ich freue mich, dass das so angenommen wird. Herzstück des Hofes von 1933, der Heuboden. 1000 Quadratmeter großer Arbeitsplatz von Daniel. Ich nahm vielleicht ein bisschen doch ins Haar rein, so in den Kopf, super, genau. Ja, das Ding ist hier wie ein Sex beim Lotto. Ich hatte schon so viele Fotografen hier, die hier fast ohnmächtig geworden sind. Ich bin die schon seit zweieinhalb Jahren hier am Fotos machen und ich habe immer noch nicht alles durchfotografiert. Also so ein Angebot wie hier, das hast du, glaube ich, da musst du wirklich, denke ich mal, echt weit reisen, um sowas hier, das ist einmalig, das bekommst du nirgends so. Mit so einem lachenden Auge, weinenden Auge sehe ich das hier, das Ganze, wenn das hier etwas umgebaut wird, wird das natürlich jetzt nicht so erhalten bleiben, wie es jetzt. Also deswegen versuche ich jetzt echt so viel wie möglich hier oben zu shooten. Damit sich der Ahlsenhof selbst finanziert, wollen Hofbewohner Veranstaltungen im Heuboden organisieren, ihn dafür umbauen. In diesem Workshop entscheiden Dorf- und Hofbewohner über die gemeinsame Nutzung in Zukunft. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Ahlsenhof. Herzlich willkommen bei unserem ersten öffentlichen Workshop, wo wir ein bisschen darüber sprechen wollen, was ist die Idee vom Ahlsenhof. Konkret wird es aber jetzt heute vor allen Dingen um die Halle gehen, wo wir die Idee haben, eine Coworking- und Eventhalle draus zu machen. Wir wollen also den Faktor daran arbeiten, dass der Ahlsenhof nicht irgendwie ein Goldesel wird, sondern es geht um die Wirkung auf den Ort, es geht um positive soziale Effekte in Legerdorf und im besten Falle auch noch das Umfeld drumherum in die Ortsentwicklung. Goldesel wäre nicht schlecht, ne? Goldesel wäre auch okay, ist nicht ausgeschlossen. Auf dem Ahlsenhof wurden früher Rinder gezüchtet, später Möbel restauriert. Heute versuchen sie, die Hofgeschichte mit der Arbeitswelt von morgen zu kombinieren. Also ich glaube, es kann nicht nur eine Bereicherung sein, sondern gerade diese Kombination ist diese Bereicherung. Hier müssen schon ganz viele Sachen passiert sein, weil dann hast du eine Identität, dann hast du hier eine Stimmung drin, die kannst du nicht mit einem neuen Gebäude irgendwie einfangen und hier zusammenbauen, da kannst du so viele neue Leute mit reinholen, wie du möchtest. Hier kommen so viele ältere Menschen vorbei, die sagen, hier habe ich damals mein Sofa gekauft oder hier gehe ich schon seit Jahrzehnten, gehe ich hier schon spazieren und habe hier ganz viele Kommen und Gehen sehen. Die ersten Ideen für den Heuboden sind gesammelt. Pläne für die Zukunft. Ich sehe die Reisenhof in fünf Jahren sehr, ganz weit vorne. Ich sehe hier alte Menschen, junge Menschen, jegliche Generation. Ich sehe hier viele Kinder rumlaufen, ich sehe hier Leute, die arbeiten, die sich künstlerisch hier drinnen betätigen. Also nicht nur Berufs- und Privatleben vereinen, sondern dabei auch die Dorfgemeinschaft stärken. Was wir hier aber zeigen ist, dass wenn man halt verschiedene Menschen und Fachrichtungen wieder miteinander verbindet, dass da ganz andere Brillen drauf schauen, ganz andere Ideen, ganz andere Synergieeffekte dabei rauskommen. Und vor allen Dingen durch diesen Begriff Kooperation viel, viel mehr Energie freigesetzt werden kann, als wie klassische Unternehmen so nur mit Konkurrenz unterwegs sind. So, das kann man eine Zeit lang machen. Das ist so ein bisschen dieses mittelfristige Denken, aber langfristig glaube ich, dass Kooperation viel wirtschaftlicher ist, viel nachhaltiger ist. Und ich glaube, das können sich einige Unternehmen dann ein bisschen mit abschauen von Kreativzentren, als Schule der neuen Arbeitswelt vielleicht sogar. Wir sind da echt für jede Hilfe dankbar. Wir machen den Ort hier nicht für uns alleine, sondern für alle, die irgendwie hier sein möchten. Vielen Dank. Die Malerin bei Eckernförde. Jessica Hansen wirbt noch immer online um Personal, obwohl sie das gar nicht mehr nötig hat. Vor genau einem Jahr hatte ich halt das Problem, wie meine Kollegen alle auch. Wir hatten so viel zu tun und hatten eine Vorlaufzeit zwischen sechs und acht Monaten. Ja, und dass die Kunden natürlich gesagt haben, ja, so lange können wir nicht mehr warten. Unter anderem war natürlich auch unsere Stammkundschaft dabei. Und da habe ich natürlich Angst gehabt, dass ich diese verliere und habe wirklich gedacht oder auch mit dem Gedanken gespielt, muss ich jetzt schließen oder nicht. Nein. Zu tun hat sie immer noch viel, aber jetzt auch genügend Leute. Ich ruf ihn mal an. Nur, dass wir das planen, weil wenn das zukommt im Juno, weißt du ja, wo wir dann sind. Da kannst du dann locker drei Leute abstellen. Ja. Na? Wir hatten wirklich innerhalb von drei Wochen 50 Bewerbungen. Also es war gigantisch. Und dann haben wir natürlich einen nach dem anderen eingeladen. Alle konnte ich natürlich nicht einstellen. Hab das dann natürlich aus dem Bauch heraus entschieden, wer passt ins Team. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile 20 insgesamt mit Büro und Azubis und 30 sind noch auf der Warteliste. Ja, die kann ich natürlich nicht alle einstellen noch. Neben der Vier-Tage-Woche zahlt Jessica ihren Mitarbeitern ein Euro pro Stunde über Tarif und die Fahrtzeiten zur Baustelle. Wir machen das Modell jetzt seit einem Jahr und es ist für mich eine ganz klare Win-Win-Situation. Der Krankenstand ist drastisch zurückgegangen, die Mitarbeiter sind zufriedener. Ja, zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter helfen, unserem Markt bestehen zu bleiben. Es ist einfach so. Ihr Rat an andere Betriebe? Traut euch einfach, ne? Ja, sozusagen. Also wir haben jetzt schon gesagt, alte Zöpfe wieder abschneiden und sich trauen, was zu verändern. Ich hatte auch Angst vor der Veränderung, klar. Aber es blieb mir ja gar nichts anderes übrig. Ein neuer Tag im städtischen Krankenhaus Kiel. Die Schicht der alleinerziehenden Mutter Maria beginnt zwei Stunden später als die ihrer Kollegen. Sonst könnte sie ihre sechsjährige Tochter nicht zur Schule bringen. Wir stehen ja schon relativ früh auf eigentlich immer, ne? Kommen ja morgen immer schwer aus dem Bett. Und dann machen wir uns immer ganz normal fertig. Immer so, dass wir natürlich ganz viel Zeit haben. Und ja, dann bringe ich sie immer ganz normal dann zur Schule und dann habe ich immer ungefähr noch eine Stunde Zeit, um dann zur Arbeit zu kommen. Also es ist alles ganz entspannt eigentlich, wenn es alles so funktioniert mit den Kleinkindern. Schichtbeginn und Überblick verschaffen. Leber und Lunge ihres Patienten arbeiten nicht mehr richtig. Kritisch, ne? Schlecht, kritisch. Hat sich halt jetzt über Nacht wirklich so deutlich verschlechtert, dass wir ihn einmal auf den Bauch drehen mussten. Also nicht ich, aber die Kollegin und die Frau. Normalerweise ist das immer noch mal so, das letzte Mittel der Wahl, um halt zu gucken, dass die Atmung dann sich halt natürlich dann stabilisiert. War hier mehr schlecht als recht erfolgreich. Deswegen wird dann heute noch einmal ordentlich besprochen, wie das jetzt hier überhaupt jetzt noch weitergeht. Hier die anderen Ärzte, die werden sich dann noch einmal beraten, wie jetzt hier die Therapie weitergeht. Und er spricht sich auf jeden Fall für eine Therapie-Limitierung aus, dass wir das dann sozusagen dann hier beenden, weil die Leber jetzt halt eben auch aussteigt. Und Arterenol ist vom Drei-Ansatz auf den Zwölber hochgegangen in der Nacht. Also es ist alles sehr schlecht geworden. Ja, und die Atmung ist natürlich, sie piept nicht umsonst die ganze Zeit. Über die sogenannte Therapie-Limitierung, also den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, entscheidet der Chefarzt. Trotz aller ärztlicher und pflegerischer Bemühungen stirbt der Patient ein paar Tage später. Ja, klar muss es sein. Das ist irgendwie so ein bisschen die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Richtig. Ja, gut. Genauso hoch wie der pflegerische Aufwand auf einer Intensivstation sind die Anforderungen an die Pflegekräfte. Ohne Marias flexible Arbeitszeiten könnte sie ihrem Beruf nicht mehr nachgehen. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das hätte machen sollen. Denn Zeitarbeit würde mich ja mit diesen flexiblen Arbeitszeiten nicht nehmen. Und naja, ambulanter Pflegedienst, geteilte Dienste morgens, abends mal los. Das funktioniert nicht. Das städtische Krankenhaus in Kiel müsste eigentlich 30 weitere Vollzeitstellen in der Pflege besetzen. Ich will jetzt hier nur nicht rumsauen. Natürlich muss halt noch irgendwann mal ein anderer Ansatz geschaffen werden von der Politik. Das ist ja nicht nur die Arbeitszeit, die ja einfach viele daran hindert, diesen Job ja auch auszuüben. Und es ist ja dann halt natürlich auch, wie man halt einfach jeder weiß, halt eben auch einfach der Verdienstfaktor, der da halt eben mit reinspielt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also deswegen ist es eigentlich für jede Klinik sinnvoll natürlich, dass sie das halt in irgendeiner Weise anbieten. New Work. Ob flexible Arbeitszeiten, Coworking oder die Viertagewoche. Im Mittelpunkt steht der Mensch. Anders arbeiten, anders leben. Im hmm.